Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Live Alive. Wir spielen heute das nächste Kapitel, nachdem im letzten Partys die Uhrzeit abgeschlossen haben. Und zwar geht's in das kaiserliche China. Ein alter chinesischer Meister des Kung Fu möchte vor seinem Tod seine Kampfkunst an jüngere Generationen weitergeben. Er verlässt sein Zuhause auf dem Berg des Strebens, um einen würdigen Erben für sein Vermächtnis zu finden. Er findet drei Schüler, die nun schonungslos trainieren, um ihre Körper zu stehlen, Reflexe zu verbessern und ihr wahres Potential zu entfalten. Wer von ihnen wird der Herausforderung trotzen und der nächste Meister werden? Das wissen wir nicht. Das werden wir ja erfahren, indem wir das Kapitel starten. Das kaiserliche China. Dieses Kapitel spielen? Ja. Im Laufe der Zeit verblassen alle Erinnerungen. Nichtsdestotrotz nimmt ein alter Mann alle Mühen auf sich, um sein Vermächtnis an künftige Generationen weiterzugeben. Eine mächtige Kampfkunst namens Erdherz Shifu. Ja, reicht so. Geht so, ne? Erdherz Shifu. Möchtest du mit diesem Namen fortfahren? Ja. Erdherz Shifu. Möchtest du mit diesem Namen fortfahren? Ja. Erdherz. Mit einem Willen so unerschüttlich wie die Erde und einem Geist so unruhig wie fließendes Wasser kann selbst ein frittiger Bach derart tosen, dass er sogar massives Gestein zerschmettert. Den Geist zu kontrollieren und über körperliche Stärke hinauszuwachsen, um nach etwas zu streben, das größer ist als man selbst. Das lehrte sein Kung Fu. Es ist, wie ich gefördert habe. Die Zeit rennt mir davon. Ich muss einen Schüler finden und ausbilden, bevor es zu spät ist. Einen jungen Günstling brauche ich mit starkem Körper und starkem Geist. Einen würdigen Nachfolger für meine Kampfkunst. Und so begann der Meister seine Suche nach einem jungen Erden. Es ist lange her, seit ich das letzte Mal aus den Bergen und ins Flachland hinunter wagte. Die Hütte des Meisters. Jo, wir sind ein alter Mann. Aber hey, wir können Kung Fu. Das ist doch ein paar Kielinstiefel. Was haben wir da? Ein paar wettergegärbte Stiefel. Sonst Vorhang? Oh, oh, Moment. Hier ist nix, ne? Ich muss niesen. Ich hab geniest. Was haben wir hier noch? Da ist nix. Ein Brötchen mit Schweinefleisch. Noch ein Brötchen mit Schweinefleisch. Wettergegärbtes Gewandset. Noch ein Wettergegärbtes Gewandset. Brötchen mit roten Bohnen. Und da ist nix drin. Gut, gehen wir mal ins Menü. Gucken wir uns mal, was er so hat. Stufe S schon von Anfang an. Stufe 10. Das ist schon ziemlich heftig. So, Inventar. Ausrüstung erst mal. So, ich denke mal, das reicht so. Ja. Eisenfaust. Helm kann da nix. Okay. Fähigkeiten sind Tadel des Tigers und des Drachens. Ich denke, das lernen wir denn sowieso im Kampf selber. Brauchen wir uns jetzt nicht so weit damit beschäftigen. Gut, wir sollen ins Flachland. Das heißt, wir sollen hier raus. Wir sollen uns einen Schüler suchen. Weil der alte Mann langsam alt wird. Ja. Das ist natürlich eine Sache, ne? Ein Büschel Weißklee. Wir nehmen mal alles mit, was wir finden. Wer weiß. Geradeaus Gipfel des Berges des Strebens. Ja, gehen wir erstmal nach oben, oder? Ich meine, graue Symbole sind zwar da, wo wir noch nicht erkundet haben. Aber wir sollen da ja nicht hin. Aber wir können da ja hin. Und ich denke mal... Oh, die Musik ist toll, oder? Aber ich denke mal, dass wir trotzdem mal gucken können, was hier so stattfindet. Ob hier irgendwas zu finden ist, was sich lohnt mitzunehmen. Auf dem Gipfel. Ich glaube nicht. Aber hey. Wer weiß. Vielleicht finden wir Stiefel. Ne, hier ist tatsächlich gar nichts, oder? Kann ich die Blume nicht nehmen? Nein. Gut. Dann gehen wir runter. Er läuft auch schon ein bisschen... Im... Ja. Im 45 Grad Winkel. Das macht der Rücken irgendwann nicht mehr mit, ne? Irgendwann gibt der Rücken nach. Egal wie sehr... Man trainiert. Egal wie stark man ist. Irgendwann ist vorbei. Das nimmt den Besten mit. Ein Büschel persischer Ehrenpreis. Ehrenpreis? Was soll er? Geradeaus geht Fahrzeug und Gipfel nach unten. Fahrt zum Dorf. Genau, wir waren zum Dorf. Dann gehen wir runter. ja ich kann es verstehen dass er rücken langsam nachgibt weil allein in den bergen zurückgezogen lebt dann ist irgendwann war wir können drei richtungen nehmen wie gut hier lang na gut gehen einmal lang gucken wir mal hier ist anscheiden dorf markt von junfer gehen wir erstmal den markt da kommen wir mal endlich mal richtig zivilisation nicht so wie in den letzten kapitel im ersten wasser genussbild haben euler besucher seine weile herr meister meister ihr seid zurückgekehrt es tut so gut euch zu sehen und sie können sprechen dieser grobe jahren treibt sich seit kurzem herum macht ärger der meister so war ich hier stehe vergibt meinen mangel an gastfreundlichkeit aber es ist heutzutage sogar wie gold macht nichts hier sind über äpfel und gemüse und obst nämlich gerne halt stehen bleiben dafür musst du zahlen schnell halte ihn auf wer ihn ergreift bekommt eine kostenlose mal zeit aha habe ich dich endlich gib mir was du mir schuldest und zwar sofort das kann ich nicht ich habe kein geld ach ja da müssen wir einen anderen weg finden um das zu regeln aber er hat schon reflexe muss man lassen oh meister dieser dummkauf stiehlt schon seit einer halben ewigkeit essen von mir in alleingang hat er mein geschäft an den rand des ruins getrieben lehrt dieser lektion gut ich knüpfe mir den burschen vor bitte bitte nicht bestrafen muss sein tut mir leid aber das muss so sein von hong haka heißt er was können ok ja mhm dann greifen wir mal mit tadel des tigers und drachen dann tadeln wir immer er hat mehr leben als ich wahrscheinlich durch seine ne wie wird's bescheid durch seine wampe hält er mehr aus pfefferschwein was okay gering gering mittel gering anmut des weißen fuchses wow gleich nochmal stark ja dann war's was mit ihr du elender dieb du hast gewonnen ja er hätte sie für keine erfahrung keine erfahrung wahrscheinlich war das schon am ende der so stark das war unglaublich meister lass er seine leere sein dieb stehe noch einmal von mir und du landest auf mein rost sag warum musst du dinge ohne zu bezahlen ich kann nicht zahlen weil ich keine arbeit habe niemand möchte mich einstellen ich habe keine fähigkeiten keinen beruf und worte sind auch nicht meine stärke ich bin nur sehr dick und habe immer hunger ich muss ständig essen junger mann beklage nicht dein körper er ist eine gabe aber er ist der grund für mein leiden die leute lachen und machen sie über mich lustig wie sollte es eine gabe sein wie sollte es eine gabe sein junger mann er macht dich zu etwas ganz besonderem aber es liegt an dir ob du das potenzial darin erkennst oder dich schämst potenzial ihr glaubt ich hätte potenzial du bewegst dich mit der schnelligkeit des mannes der zwei mal in dein körper passen würde das ist das ist training nachdem ich gestern muss ich oft wegrennen schließ dich mir an und ich sorge dafür dass es dir nie mehr an essen mangelt im gegenzug verlange ich lediglich dass du an ein paar trainingseinheiten teilnimmst sie ist von mir als eine als arbeit die mit essen bezahlt wird arbeit ich wollte schon immer eine arbeit danke meister ich bin dabei wie heißt du hong hong haka wann fangen wir an und wann gibt es essen hong haka ist nur ein schüler ok dann haben wir einen schüler so reden wir mit den leuten hier jetzt kann sich jeder wieder an holz suppenknödel glücklich tun hallo jetzt kann sich jeder wieder an holz suppenknödel glücklich tun achso ich verstehe geh zum meistern bitte ihn darum dich zu trainieren ich kann es kaum erwarten noch so ein knödel zu bekommen habt ihr schon gehört in wong geht eine krankheit um ich hoffe sie breitet sich nicht bis hierher aus es kommt drauf an ne wenn jemand hier reinkommt und einfach mal durch die gehen hustet in yunfa in oder yunfa ich weiß nicht wie man es chinesisch ausspricht in yunfa essen in yunfa essen die leute am liebsten in heus restaurant meine gute hier echt gewütet hoffentlich lassen sie sich in den kommenden tagen mehr kunden ja das ist doch ein brötchen mit schweinefleisch hi er könnte recht haben vielleicht sollte ich einfach essen was ich will und wann ich es will ein junger mensch mit deftigen appetiten sollte sich satt essen hier das sollte euch gehören das ist doch eine porzellanschüssel interessant kann ich über den mann auch noch reden ein mann der keine suppenknödel isst ist kein richtiger mann ok dieser vielfraß hat alle meine suppenknödel gegessen es wird ewig dauern bis ich einen neuen schwung zubereitet habe und ich habe keine zutaten mehr kann ich da rein? ne ich kann hier auch nicht durch oder? das ist aber schade na gut wir sollen hier raus man sieht das auf der karte was kann er denn der gute welches level hat er? stufe 5 fähigkeiten bärenkrallen, schwein nochmals aufgefärbt brutale umarmung des vogels pfefferschwein, pfanne, schweinefüße und feier das Schilibohn ok das könnte sehr interessant werden mit seinen fähigkeiten mal sehen ob er willig ist die Lehre des Kung Fu das Kung Fu zu lernen mal sehen und wir können auch noch an anderen Orten hin wahrscheinlich sollten wir sowieso erstmal Schüler finden bevor wir anfangen zu trainieren ne? nicht wahr? kann ich mir gut vorstellen oh guck mal da ist ein Wasserfall seht ihr das? äh ein Regenbogen ich weiß gar nicht ob ihr es auf YouTube seht da ist ein kleiner leichter Regenbogen am Wasserfall hübsch so wo geht es dahin? nach Wong gehen wir nach Wong was ist hier? was geht hier? was geht hier? was geht hier? was geht hier ab? seid vorsichtig Reisender hier geht eine Krankheit um die ein alten Mann wie euch ohne Zweifel schlimme Bauchschmerzen bereiten würde hoffen wir nicht hallo gute gute Dame das heißt Banditen würden versuchen diese Krankheit zu ihrem Vorteil zu nutzen da sind die Netto ach ich kann was kaufen oder was? oder verkaufen halt bevor wir was verkaufen würde ich gerne bei ihnen die Ausrüstung checken so ja wenn es Bauchschmerzen sind dann nein das wird nicht gehen ach wir sollen nicht mehr heilen dann essen grüße ich mit roten Bohnen nicht? Weißklee? Persischer Ehrenpreis ok wir haben kein Heilmittel dafür dann ess ein Brüte und Schweinefleisch dann halt nicht seit Jungs seit Jungs Großmutter krank ist verhält das sich irgendwie seltsam ja wir haben alle krank ich hab leider nichts kann ich mit dir reden? mit denen kann ich nicht reden sind die alle krank? man sagt im Bambuswald würde Heilgrotte wachsen die die Krankheit besiegen im Bambuswald man sagt aber auch dass der Wald von Banditen wimmelt also ich weiß nicht nicht gut ne Bambuswald jemand muss sich ganz alleine um seine Großmutter kümmern er hat es sicher nicht leicht gerade jetzt da sie erkrankt ist hm das sagt mir eigentlich dass wir hier nicht weiterkommen sondern ja wieder raus sollen was haben wir hier das sieht aus wenn es da weitergehen würde geht es aber nicht gut also hier sind Leute alle krank die brauchen im Bambuswald aus dem Bambuswald Heilgräuter leider sind da Banditen die natürlich wahrscheinlich den Bambuswald sehr bewachen gut dann können wir hier anscheinend momentan noch nichts machen und gehen wir weiter nach wo gehen wir eigentlich hin? zum Bambuswald okay sehr gut Vorsicht Banditen ach jetzt wird es hübsch wahrscheinlich ich seh es jetzt schon guck mal wie hübsch das jetzt schon ist ich geh da rein oh guck das euch mal an wow das ist doch ein Büschel der Vorsehung der Natur willst du einen Tiger? willst du auf die willst du einen Keks? ne gar nicht das war was denn war ich hab keine Katzenminze dabei wilder Tiger gut feilt uns bei den Bogens kann ich nicht machen ach das ist ein Konter mhm Paralyse yes so ruhig stark hast du irgendwas von Weitem? mhm das ist nicht so gut schwein noch zum Aufklärung gering verwirrte Gegner mit seltsamen Tanschritten die in Schmerzen zufügen ja das tut mir auch von zusehen weh ähm das ist gering machen wir nochmal das hier mittel ne ja weg mit dem Tiger der arme der Ärmste der Ärmste ich hab das ganz genau gesehen nichts mehr als Unbrot da war irgendwas versteckt ich kann leider auch nicht nicht schnuppern wie im vorherigen Kapitel ja ja Ninjas oder was ne büschel vorhersung der Natur ich denke mal damit können wir die Leute heilen ein büschel Weißklee da oben ist noch ein Tiger schöner Tiger der wird bestimmt kassieren hehehe ähm wir müssen da von viel näher ran so machen wir das nochmal der Typ ist so richtig stark so machen wir mal machen wir Pfefferschweinpfanne oder 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 Schweinefüße ach Schweinefüße zeig mal her wie sieht das aus hehehe ach ok sehr gut vielleicht können wir damit das ganze Dorf heilen wenn wir alles gefunden haben da oben ist noch ein Tiger nicht so schnell ein alter Kaut sollte weise genug sein nicht allein im Wald herum zu irren gib mir dein Geld schnell sonst setzt was ich fürchte ich hab nichts für dich wie war das ich sagte ich habe nichts nun nichts worin du einen wert sehen würdest ach ja glaub ja nicht dass ich deine müden Knochen schon werde wenn ich mir recht überlege wird dein langes Leben heute enden oh man Leikugoo das ist halt weit das machen wir das hier entzückenden Streifenhörnchen Paralyse oh oh mhm mhm machen ruckzuck das Affen da geht ein paar Schritte zurück oder ja ja macht wirklich normal das ist sehr praktisch und dann mal das und dann mal das halt so so das war's tut mir leid für dich aber so ist das Leben ne wie konnte das passieren wie konnte mich diese alte Knacker besiegen die Jugend würde gut daran tun die Alpen zu respektieren und ihr können nicht nicht zu unterschätzen du bist schnell und beweglich das musst du dir lassen sehr beeindruckend warum gibst du das Banditenleben nicht auf und erlaubst mir dich meinen Kung Fu zu lernen hau ab alter Mann andererseits muss ich einfach wissen wie du mich so leicht besiegen konntest na gut ich bin dabei mal sehen was an deinem Kung Fu so toll ist aber damit das klar ist du bist nicht mein Meister und ich bin nicht deine Schülerin sobald ich deine Geheimnisse erfahren habe werde ich mich an dir rächen du hast wirklich Temperament junge Dame ich bin keine Dame mein Name ist Lei Kugo und wehe du vergisst ihn sei versichert dass ich ihn nicht vergessen werde es ist ein guter und starker Name auf den man stolz sein kann aber stolz kann einer auf die schiefe Bahn führen wenn man es zulässt dir sollte das nichts Neues sein dir sollte das dir sollte das nichts Neues sein immer ein schlagfertig Antwort parat was dann geh nun vor mal sehen ob du wirklich so gut bist wie du sagst Lei Kugo ist deine Schülerin gut wir sammeln trotzdem erstmal alle Heilmittel nicht wahr büschel der Natur nicht nur Unkraut dabei da oben ist noch ein Tiger so büschel Hirten was auch immer kehrt um wenn euch dein Leben lieb ist he 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 ja mein Leben ist mir lieb ne und mach dir mal keine Sorgen wir kähen schon um so mach mal das hier Paralyse was kann sie denn äh erstmal muss ich so irgendwie austesten kauen er kann kauen und trifft nicht mal mach mal hier äh Feuer ne Bärenkrallen ich würd gern probieren was ich kann oder auch nicht aber wir werden sicherlich noch dazu kommen ich guck mal im Inventar mal eben so was kann ich denn Fähigkeiten Lei Kugo Affenpfote Rüge der Katze Verwirrte den Gegner mit Schlangenanbewegung bevor du ihn einholst Rasari des Eisvogels tanzte um mein Gegner herum und bombardiere dabei mit dritten kurz Schaden kurz Ladezeit kurz Schadern Schaden mittel ok gut gehen wir da oben gucken wir was wir da haben fest mit der eisernen Faust hallo alter na verschwinde von hier bevor du mich zu etwas zwingst dass ich nicht bereuen werde und du was willst du alter Mann das ist ja kein Ort für Leute wie dich na das ist aber furchtbar schade na gut dann gehen wir oh schöne Drachen guck mal guck mal rechts Schenlong erscheine wir sind auf dem Weg alle sieben Trangbots zu sammeln wir reisen nach Osten jetzt oder was die Reise nach Westen muss wir euch nochmal mit ich will nicht nein Tiger weck den Tiger in dir guck ich will wie er hinterher läuft wie nice ist denn das gemacht vor allem er hört auch nicht auf ne er hört nicht auf kann ich gehen beide Tiger gleichzeitig kämpfen das würde ich sehr cool finden um ehrlich zu sein na nur einer na gut genau na triffst du diesmal nur wir sind halt zu King ich würde ja die Pfefferschweinfälle ausprobieren einmal zu mitnehmen bitte du hast gewonnen nice und der Tiger ist jetzt auch noch da oder ist er verschwunden ne ok der will auch noch so alles klar so ich möchte aber gleich ausprobieren was hier unsere gute neue Lake Kugo kann wir machen uns mal ein Zug des Streifenhörnchen und dann machen wir bei ihm gleich mal Pause so du machst mal bitte einfach mal warten ne passen was bist du dran zerreißen äh 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 Angriff der Schlange sehr cool hat uns aber nix so wirklich gebracht die ganzen Gegner hier bringen halt kaum Erfahrungspunkte ne ist halt echt sowas das bringt man kann eigentlich auch beilaufen und das würde keinen Unterschied machen naja ich denke wir haben den Wald auch komplett leer geplündert da wird jetzt nichts mehr zu holen geben jetzt mal der Ort nach Wong aber ich denke mal das reicht für diesen Part wir haben viel erreicht jetzt schon in diesem Kapitel und joa ich bedanke bei euch für zusehen im nächsten Part werden wir auf jeden Fall hoffentlich die kranken Leute dort heilen und ja mal sehen wenn du nix verpassen wollt gerne ein Abo da lassen würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal haut rein und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal